Hallo und willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales. Wir haben am letzten Mal endlich dieses eine dämliche Brett gefunden und ja, jetzt ist die große Frage, wie müssen wir weiter? Mal sehen, wie den billigen Socken eine kochend heiße Wäsche gefällt. Heiß. Sie sind eingelaufen. Haha. Musste ich es doch. Da hatte ich mal einen Kurs und Geistesblitz. Entschuldigung. Das sollte mich nach vorne bringen. Ich sollte dem Universum und dem Raum Zeitkontinuum nicht noch größere Kopfschmerzen bereiten, indem ich mich länger als nötig mit mir selbst unterhalte. Gehen wir mal zur Drachenhöhle. Vielleicht haben wir da noch irgendwas, was wir machen können. Ich lasse sie lieber in Ruhe. Sie hat noch ein paar Kapitel vor sich. Hm. Okay. Da waren wir schon. Zur Erdwichtelhöhle würde ich lieber nicht mehr gehen. Usa könnte die kleinen Kerle auf mich hetzen. Hm. Nee. Keine Ahnung, was ich fragen sollte. Hm. Was ist denn nun schon wieder? Ich besorge dir eine Flasche Feuerwasser und du gibst mir dafür deinen Knochenbogen? Ich gebe dir das Hirsch. Kein Problem. Ich muss mal raus. Irgendetwas stimmt hier. Eine Landkarte der Region. Bei denen war nix weiter. Bei denen kommen wir nicht hin. Da war auch nix weiter. Aber dann muss das eigentlich da sein. Also in erster Linie hier. Hallo? Ich bin bereit für meinen zweiten Versuch. Das wird witzig. Wir sind bereit. Sehr beeindruckend. Er hat betrogen. Habe ich nicht? Du hast ja keine Ahnung. Als nächstes steht das Bogenschießen an. Dafür hat der Kundenträger, also ich, Nate, also mir, den Knochenbogen besorgt. Mein Freund Nate wird es der Grünhaut zeigen. Mit dem richtigen Bogen, der Hilfe des Zaubersteins und einem Quäntchen Glück gewinnt er wieder. Okay. Ich weiß nicht, wie Wilbur die Linie passieren konnte. Das soll er schön alleine regeln. Der Häuptling hält mich für einen Spion der Erzhexe. Die Tarnung ist perfekt. Die Gute wird heute noch einigen Grund bekommen, sich grün und blau zu ärgern. Naja, hauptsächlich grün. Ich brauche einen Bogen und einen Pfeil. Hast du vielleicht so etwas? Nein, aber ich kann dir einen besorgen. Geh zum Krämer und sag ihm, dass du 97 Kupferkessel kaufen willst. Der Preis spielt keine Rolle. Ach, warum das denn? Ich habe genug von Kupferkesseln. Ich habe den halben Tag in der Drachenhöhle... Tu es. Dann besorge ich dir den Bogen. Hm, okay. Hast du vielleicht 97 Kupferkessel? Was? Aber wieso denn? Na dann... Alles klar, ich habe es ihm gesagt. Gut. Ich besorge dir den Bogen. Hast du zufällig auch noch eine Idee, wie ich Massas dazu bringen kann, nicht jedes Mal ins Schwarze zu treffen? Das hier wird dir helfen. Ein zerknüllter Zettel. Das ist genial. Damit... Tue ich was? Lies ihn und spiele das Spiel des Krämers. Woher weißt du... Bist du sowas wie ein Wagenlager? Äh! Verzeihung, ich musste nisten. Deswegen habe ich mal ganz schnell das Mikro lige stumm geschaltet. Das ist ja erstmal kurz geknistert. Verzeihung. Äh! Was kann ich für den Herrn... Um was bieten Sie? Ich habe einige Kupferkessel im Angebot. 97, um genau zu sein. Die brauche ich. Aber mir kommt die Sache verdächtig vor. Sie wussten doch, dass ich Kessel brauche, oder? Es ist mein Job, alles zu wissen. Also gut. Deal. Hier ist die Flasche Feuerwasser. Aber sei vorsichtig. Sie ist wertvoll. Ha 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 ha. So. Jetzt haben wir die Flasche Feuerwasser. Huhu. Was ist denn nun schon wieder? Ich habe eine Flasche Feuerwasser besorgt. Du hättest mich warnen können, dass das Zeug so wertvoll ist. Wertvoll? Es kostet ein paar Kupferstücke und man bekommt es hier in den wilden Landen an jeder Ecke. Aber warum? Ich war nur zu faul, es selbst zu holen. Außerdem wollte ich dich loswerden. Gib schon her. Hier, hast du das Geweih. Danke. Nicht so laut. Ich muss mal raus. Irgendetwas stimmt hier mit der Luft nicht. Das Geweih und die Sehne zusammen ergeben meinen altbewährten Knochenbogen. Ich lasse ihn und seinen Kater lieber in Ruhe. Sehr schön. Dann liefern wir mal den Bogen ab. Hey, du da, Kapuze. Wo ist mein Bogen? Hier. Ähm, danke. Warum tust du das? Nimm. Vielleicht will er mich hier einfach noch ein wenig beschäftigen, damit die Schattenarmee genug Zeit hat, das Lager zu umstellen. Das bin ich misstrauisch. Das ist der schönste, der Kupferkessel. Meine Nummer 98. So. Oh, nö. Oh, nö. Hm. Hm. Der Mensch hat die Prüfung der Geschicklichkeit gewonnen. Unmöglich. Ich... Ich habe gesprochen. Der Mensch gewinnt. Auch den zweiten Wettkampf. Das ist nicht. Ich... Heulst du gleich? Komm nach vorne zum Tor für den dritten und letzten Wettkampf. Und es gab schon Leute, die meinten, ich wäre peinlich. Aber jetzt sollte ich mich sputen. Ich muss dafür sorgen, dass Massas ihren Lauf nicht beendet. Okay, jetzt brauchen wir etwas, um, ja, die Orks leichter zu machen. Ich bin so gut. Und Nate auch. Okay, hier können wir nichts mehr machen. Hallo. Was denn nun schon wieder? Können du und dieser Krieger Verschnitt mich nicht einfach in Ruhe lassen? Geht man so mit Kunden um? Kunden? Alles, was ihr tut, ist doch mich auszutricksen. Ihr habt meinen halben Warenbestand und ich habe kein müdes Goldstück mit euch verdient. Hast du zufällig Interesse an 97 Kupferkesseln? Oder kann ich dir sonst etwas anbieten? Meinen wertvollen Verkleinerungsring? Oder mein letztes Hemd? Also... Weißt du was? Hier, nimm den Ring. Das ist alles, was ich noch an Wert besitze. Dann muss ich mich wenigstens nicht noch einmal für dumm verkaufen lassen. Das mit den Töpfen und den drei Zahlen hat sie in ihrer Händlerehre getroffen, was? Ich bin kein Händler mehr. Schluss mit dem ehrlichen Leben. Ich gehe in den Süden und werde Banker. Tun sie nichts, was sie später bereuen würden. Ein Verkleinerungsring. Ganz umsonst. Oh, nö. Okay. Wir wissen ja, was wir zu tun haben. Ach, macht das Spaß. Schnappt sie euch, Jungs. Da hat jemand ein kleines, speckiges Problem. Herrlich. So gut. Damit kannst du mit deinem Preis gehen, wohin du willst. Du bist der Sieger des Kriegerwettkampfes. Ausgezeichnet. Nichts wie weg hier, bevor Sasi zurückkommt. Ausgezeichnet. Damit habe ich meinen Job ja wohl vorbildlich erledigt. Hm. Ich bin Erster. Ja, die Wilbur wohl beim Austausch des Artefacts vorankommt. Mission Impossible verarsche. Die Luft ist rein. Aha. Ich scheine gerade Hilfe für den Kistentransport zu suchen. Das ist meine Chance. Da ist es schon. Verflixt. Ah, das erklärt auch den anderen hinterm Spiegel. Ist da wer? Meine Nerven müssen mir einen Streich gespielt haben. Oder hier ist ein unsichtbarer Einbrecher. Das ist die Kiste. Also los. Das war's. Gut. Also los. Viel durfte jetzt eigentlich nicht mehr kommen. Sei doch mal etwas optimistischer. Was soll jetzt noch schief gehen? Ich hab's gewusst, dieser verdammte wandelnde Bettvorleger. Keine Bewegung. Ich... ich bin ein Magier. Ich weiß, ich weiß, kleiner Mann. Ich hätte dir das schon damals in Seefels nicht zugetaut. Und von dir hätte ich erwartet, dass du mal wieder deine Freunde im Stich lässt. Zumindest hätte ich mir dann dieses Gefahrsinnig anhören müssen. Hm. Schauen wir mal, ob du immer noch einen flotten Spruch auf den Lippen hast, wenn du vor Mutter stehst. Nein! Zu freundlich von euch! Legt sie in Ketten! Hi! Hat man uns gefangen genommen? Jep. Hast du das Artefakt ausgetauscht? Jep. Wo ist Ivo? Hm. Hier bin ich. Und ich habe eine Transportmöglichkeit organisiert. Huiiii. Hüpf drauf! Ich muss euch beiden noch durch die Zeit zurückschicken. Und ihr müsst noch etwas anderes für mich tun. Ah. Ich hab Rabacus nachgeguckt. Ja, wir sind am Ende so langsam. Also schön, ich muss mich beeilen. Nate und Wilbur sind oben gefangen. Zum Glück sind hier keine Wachen. Weiter. Wir müssen was tun, Captain Nate. Was denn? Es ist zu spät. Mutter, du hast nach dem Artefakt des Schicksals verlangt und ich habe es dir gebracht. Gut. Was? Psst. Später. Los, berührt beide das Amulett. Bis gleich. Hey, Schweinebacke! Was zum? Tschüss! da problème! Das war also. Ja! Was ist mit dem echten Artefakt passiert? Es ist an einem sicheren Ort. Beim Erzmagier? Nein. Er hat sofort eingesehen, dass kein Sterblicher mit dieser Macht umgehen könnte. Ich habe es versteckt, wo niemand es jemals finden wird. Aber man könnte viel Gutes damit tun. Was du damit tun würdest, wissen wir. Was machen wir als nächstes? Das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Vielleicht wartet hier irgendwo noch ein anderes Abenteuer auf uns. Warten wir es an. Ja, da sind wir ja schon am Ende. Ein super tolles Spiel. Den zweiten Teil werden wir auch machen und noch den kleinen Spin-Off Teil. Also keine Sorge, danach ist es noch nicht vorbei. Den ersten Teil habe ich bis jetzt noch nie gespielt und ich muss sagen, der ist super gut geworden. Der zweite könnt ihr euch aber auch sehr freuen. Der ist genial. Grafik, Sound, die ganzen Witze, alles top. Also die Reste sind fair, aber fordern. Echt super. Immer logisch, dass man auch wirklich drauf kommen kann. Auch jetzt so die kleine Spielerei mit der Side-Reise am Ende echt toll gemacht. Aber die Funktion, dass man sich alles anzeigen lassen kann, was nutzbar ist, ist auch sehr, sehr praktisch. Und vor allen Dingen, wenn etwas nicht mehr gebraucht wird, dass es dann auch nicht mehr nutzbar ist. Sehr hilfreich. Ja, eigentlich habe ich nichts zu meckern an dem Spiel. Und muss sagen, auch recht schöner Umfang für den Adventure. Aber jetzt kommen wir erstmal zu den ganzen Comic-Schreibern. Und dann, da gab es ja auch so einige. Da wäre einmal Jezebel, Kyla, Woldan82, Typhoon Sahin und Patrick Westerfeld. Äh, Patrick Westerfeld. Vielen Dank für die Kommis und natürlich auch die Aufrufe, die auch so reingeschaut haben. Alles hilft natürlich. Und deswegen freut es mich. Natürlich auch danke an die ganzen Leute, die jetzt bei der Premiere, bei dem Finale dabei waren. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Projekt und ihr könnt euch auch wirklich sehr auf das nächste freuen. Wie gesagt, wir machen direkt weiter mit dem zweiten Teil. Und der ist für mich nicht blind, aber ich liebe diesen Teil. Der ist genial ohne Ende. Also ihr könnt euch auch auf jeden Fall auf was richtig Gutes freuen. Dann lasse ich euch jetzt mal weiter in den Abspann laufen und sage nochmal danke an alle. Und dann lasse ich euch jetzt mal wieder. 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 Hallo? 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 Ich höre doch deine Schritte. Hallo? Noch ein schöner kleiner Gag zum Ende. Gut, dann sag ich euch jetzt mal wieder. Gut, dann sag ich mal Tschüss, bis zum nächsten Projekt. Bye, bye.